Musik Unser Prinzip ist, heute geerntet und morgen in ihrem Kotladen. Und das gilt natürlich jetzt besonders für die frischen und saftigen Pfirsich, auch wenn sie aus dem Herz von Italien kommen. Da in diesen sonnigen Pfirsichgärten von Cesena werden sie gepflegt. Und wenn sie schön rief sind, sorgfältig abgläsen. Frucht für Frucht, damit sie so bleiben, wie die Natur sie gibt. Nämlich zart, saftig und gesund. Denn Pfirsich haben nebst dem Aufbaustoff auch viel Vitamine. Alle Pfirsich werden streng kontrolliert und verlässt. Auf weichen Bürsten sorgfältig reinigt und schliesslich liebevoll verkaufsgerecht verpackt. Nur die Besten gehen sofort auf die Reise in die Schweiz. Ein solcher Camion bringt zwölf Tonnen Pfirsich und ist die ganze Nacht unterwegs. Und morgen sind sie schon da, die zarten, saftigen Pfirsich. Und erst nur zu günstigen Tagespreisen. Denn das ist unser Prinzip, heute geärmtet und morgen in ihrem Coop-Laden. Eine echte Coop-Leistung. In ihrem Coop-Restaurant gibt sie jetzt 3 Deziliter Coca-Cola für 1.90 Franken. Und das Glas können sie behalten. Und bei Coop finden sie natürlich alles, was sie für einen feinen Sommersalat brauchen. Achtet sie aufs Inserat morgen in der Coop-Zeitung. Und bis am nächsten Dienstag ein Gloria-Shampoo für nur 1.95 Franken und ein Gloria-Hairspray für nur 3.95 Franken. 100 Gramm Hinterschinken für nur 1.50 Franken. Und nur morgen, über morgen und am Samstag zwei Dosen Ananas mondial statt 2.80 Franken nur 2.10 Franken. Und ein Kilogramm ausländische Pfirsich für nur 1.70 Franken. Und als aktueller Preisschlager drei Lehrkassetten ERA-Sound 10.90 für nur 5 Franken. Und eine bespielte ebenfalls für nur 5 Franken. Und wieder schauen wir uns am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit.